Genau, der eine lenkt ab und der andere schnappt sich das. Ja los, bewege dich. Ach, ihr seid so doof. Ihr seid so richtig schön doof. Ganz ehrlich. Ja wie, und jetzt steht ihr da rum, oder was? Los, lauf. Was, wenn man denen nicht sagen kann, nee, ist nicht. Nee, jetzt kommt da noch eine an. Oh, ist das die Silbe. Alter. Wäre ja kurz davor, meine Soldatinnen zu hinschicken, ne? Wisst ihr, warte jetzt lang ist. Ich werde jetzt einfach mal an dieser Stelle speichern. Und dann... Wehe. Werde ich meine Soldaten rufen. Jetzt habe ich die Stadt so voll. Mal gucken, was passiert. Mehr als dass alle tot sind, kann ja nicht passieren. Ach ja, schön. So, mal gucken, was passiert. Äh, ja. Können wir den vielleicht ein bisschen weiter ausloggen? Daily Update. Okay. 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 Äh, ja. Ganz ausgereift ist die KI aber doch noch nicht. Ich weiß, warum wir geheiere hier sehen. Okay. Haut ihn, haut ihn. Okay. Zumindest sind die Waffen jetzt da weg, sodass sie da nicht mehr hinrennen. Das ist ja jetzt auch zumindest ein Fortschritt. Wer will er denn? Wollen wir nicht. Joa. Jungs. Könnt ihr auch aufhören. Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, macht ihr weiter. Wie gesagt, ihr könnt aufhören. Oh, it's hurts. Ja, genau. Äh. Ogo. Ogo coming. Okay. Wer auch immer Ogo ist. Tadam tam 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 tam. Ogo coming. Vielleicht passiert das jetzt, was ich beim, bei der Alpha 9 schon vermutet habe, dass es einfach wieder neue Dörfer respawnen von den Goblins. A big chest. Hauptsache ihr klappt alles kaputt, ne? Tadam tam 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 tam. Hat der Hutz kaputt. Die spielen da klinge Peeps mit anfassen. Diep, 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 diep. Da ist Gold in der Wand. Okay. Haben sie wieder gewonnen. So. Kommt mal her. Hey, ihr könnt gleich essen gehen. Ähm. So. Oh, macht was ihr wollt. Das Dorf ist kaputt. Das werden wir auf jeden Fall ein bisschen Ruhe haben. So. Haben wir das auch. Haben wir denn, wir haben keinen dazugekriegt, oder? Hatten wir einen dazugekriegt? Doch. Gut. Denn kann... Der hat 90, 90, 100, 100, 100. Hatten wir jetzt wieder einen Blacksmith? Blacksmith? Mason, Mason, Farmer. Äh, hier. Du. Du, Marvin. Kannst jetzt mal... ...den Blacksmith mimen. Mimen. Wie nem Mimen. ...den Blacksmith mimen. Okay. Hier müsste sich das ganze Dorf ausrotten. So. Vor allen Dingen. Dann geht ihr mal. Habt ihr fein gemacht. Papa ist stolz auf euch. Der ist da am Bauen. Hat sich hier was getan? Die wollen das hier einfach nicht zu Ende bauen. Oh, das macht mich irre. Irre. Also, deswegen sieht man da nix. Ich denke schon, hä, warum stehen hier nur Leitern? Tipp, 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 tipp. Also, wenn ihr Ideen habt, wie man das hier auflösen könnte... ...wär... ...ich nicht abgeneigt, das zu probieren. Was denn jetzt? Hm. ...pöse Zombies. Ja, ihr kommt nicht zur Ruhe, Leute. Es gibt keine Ruhe. Aber fände ich gut, dass es hier immer noch Zombies und so Gedöns gibt. Dann wird es nicht ganz so langweilig. Nachdem die Koppels hier... Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt ganz weg sind. Müssen wir mal gucken. ...was passiert. Tü, 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 tü. Aber, wie ihr seht, funktioniert das wunderbar. Wenn man nicht gerade so ein Mistbord wie hier. Am liebsten möchte ich das ganze Ding abreißen, aber... ...ne. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht wieder wegreißen kann. Das geht durch meinen kleinen Kopf. Man müsste es doch irgendwie einen Button geben... ...dass man sagt, hier, dat... ...nochmal weg. Aber, nö, gibt es nicht. Was passiert denn? Es gibt doch hier diesen... ...aus der Welt vernichten Button. Wo war das denn? Äh, da, clear. Was passiert denn, wenn man sagt? Scheinbar nichts. Da, 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 da. Ich speichere noch mal. Das hat ja jetzt geklappt. Da, 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 da. Hm. Also, mit einem Radiergummi funktioniert das nicht. Flormaterial. Wegfachen. So. Hier. Das da. Gute Idee. Oder nicht gute Idee. Wo kommt die E-Wolf hier? Hauen wir die mal weg. Ja. Bum, 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 bum. Hm. Ich hab noch ne Idee. So, ich hatte ja schon gespeichert. Ich hab jetzt noch ne Idee. Ah, hier gibt's ja Remove. Was passiert denn, wenn ich sag, we move? Fehler. Das war ein Fehler. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Hm, 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 hm. Di, 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 dip, 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 dip. Ich hab's hier jetzt einfach mal machen lassen. Also nicht, dass ich das letzte Mal gemacht hab. Hatte ich danach nur noch Fehler. Guck mal, was hier jetzt passiert. Ich mein, wir hatten jetzt gerade auch einen Fehler, aber... Das heißt hier nix. Was stehen die da jetzt am Kloppen die ganze Zeit? Äh, ja. Dinge, die die Welt nicht verstehen muss. Ich mein, die klappen die ganze Zeit, aber... Äh... Ich weiß, dass ich den Krempel, der da drinne ist... Mal abweisen. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Wow. Sowieso. Du bist hässlich. Du bist eine Treppe. Du eine Leiter. Du bist auch eine Leiter. Auch eine Leiter. 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 Und ich hoffe, dass ich dann auch das Gebäude zumindest vielleicht wieder aufbauen kann. Tipp, tippt, 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 tippt. Tippt, 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 tippt. Was machen die denn da? Kein Plastischirn, aber die da treiben. Okay. Haben wir hier? Ja, brauch ich nicht. So, das kannst du auch mal mitnehmen. Und das... Das, 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 das... Und diese. Ja.